Ich konnte gar nicht schießen, ich weiß nicht warum. Ich find's auch so geil, wie die einfach komplett jede Muskelpartie und sowas, oder viele der Muskelpartien einfach mitanimiert haben. Jetzt seh ich auch, wo der ist. Ja, aber es geht. Das ist schon ein Schulter-Lungen-Herzschuss. Oh, ist das einer? Jupp. Das ist einer, auf jeden Fall tot. Jetzt müssen wir gleich gucken. Alter, wo ist der denn? Der muss ja irgendwo, der muss ja noch... Da ist er. Ich kann teilweise nicht schießen, ich verstehe das nicht. Ich kann nicht schießen. Das ist der Nachleitung, oder was? Das macht er da, Alter. Oh, ich hab' hingefangen gehört. Oh, letzter Schuss. Das war, glaub ich, der letzte. Hat sich zumindest verhalten, als wärmer die letzte wäre. Yep. War der letzte. So, dann kann ich jetzt wieder... Oder ich hoffe, obwohl... Ja, das Ding ist, wenn ich nochmal eine Panzerstrecke brauche, weil die ist ja jetzt leer. Das heißt, das bringt mir eh nix. So, was mir aber auch nix bringt, ist... ...meine tolle Waffe hier. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was soll das denn da? Gut, ich glaube, da geh' ich jetzt mal eben so hin. Zusammenkommen. Kann ich dabei noch groß jemanden aufmerksam machen? Warte mal, wir probieren sie einfach mal aus. Laufen, latschen diese etablenweise lang. Aha. Okay, ich weiß, glaub ich, jetzt auch, warum ich... Ich glaube, das ist gar nicht mal so gut. Okay, ich glaube, das könnte der Fall kommen, dass ich... ...vom Panzer... ...eine Einschränkung... ...okay. Letzten Spielstandladen. Ich hoffe... ...oder, ich weiß nicht, wo ich es... ...ja... ...super. ...so, triff dich mit der Langstelle... ...ja, hab ich jetzt verstanden... ...ja, jetzt einfach so ein Fahrzeug ist es schwerer zuzustellen, okay. Soll ich das jetzt echt mal mit dem Sound machen, oder was? Okay, ich versuch's aber... ...mit dem Sound. Soll ich mal eben... ...vielleicht kann ich so dann auch mal sehen... ...ach, da hat ein kleine Minitel da, oder was? Ja, wahrscheinlich, ey. ...ja, warum verpisst der sich jetzt? Muss ich den jetzt hinterher latschen? Oder kommt er schon wieder? Nö. Nö. Der bewegt sich einfach null. Auch gut. Aber diese Kooperation von Panzern, Alter... ...einfach null vorhanden. So. Also wir rennen da jetzt erstmal hin. Ja, jetzt hätte ich zum Beispiel so eine Panzerstrecke auch ganz gerne gehabt. ... ... Das war's für heute. Alter, ich kann... Ah! Ah! Ich bin doch dumm. Alter, ich bin doch dumm. Ja, wahrscheinlich, Alter. Ich treffe ja gar nichts. Was soll das denn? Ich dance hier erstmal nur eine Runde mit ihm, Alter. Okay. Alter, ohne Witz. Das ist echt nicht so mega einfach. Das ist halt auch die Frage. Ja, scheiß drauf. Ist halt auch die Frage, ob man hier vielleicht nicht auch Panzerabwehr... Panzerabwehrmöglichkeiten bekommt. Weil das wäre ja nicht... Wo hast du mich denn, Alter? Ich mach da jetzt gerade so einen kleinen... Sollte herausfinden, woher diese DOS herbekommen. Ah, jetzt endlich. Ich schieße einfach eiskalt durch die Wand durch. So, aber der bewegt sich ja zum Glück nicht, ne? Der Panzer... Irgendwie ist der ein bisschen dumm. Der Fahrer ist ein bisschen dusselig. Ah, Moment. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay, Moment mal. Alter, 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 Alter. Junge. Okay. Ich weiß, in diesem Spiel kommt man normalerweise mit Rennen nicht voran, ne? Aber... Ganz ehrlich, das macht einfach so viel mehr Sinn. Das ist tatsächlich gerade... Alter, die Summen in der Stecker hat mal mega. Das ist tatsächlich gerade das einzig Sinnvolle, was ich sehe. Sehr schön, das ist das letzte Mal irgendjemanden gesehen, nicht voll. Ja, der Panzer ballert auch nur, um mich Angst zu machen, oder? So. Vielleicht sollte ich hier jetzt auch erstmal sich beruhigen lassen. Das soll ja auch schon mal geholfen haben. Heißt, ich lege mich jetzt hier hin und warte mir nicht hin. Weil ganz ehrlich, das ist logisch, was ich hier habe gerade. Ich muss jetzt erstmal sowieso den Panzer da klatschen. Und deswegen warte ich halt erstmal. Und da kann es um 40 hier. Oh, bleibt mal ruhig, was auch so. Wenn mir der Panzer hier nicht zu nahe kommt. Wenn er mich sieht, ist alles okay. Das lief nicht so gut. Alter und Scheiß, ey. Jetzt musst du das echt voll langsam da durchkriechen, oder was? Alter, und die Mucke geht echt hart auf den Sack. Weil dadurch kann man sich einfach so null konzentrieren. Nur noch wenig Munition. Ja, weiß ich. So, dann muss ich jetzt hier erstmal... Wieso? Wo jetzt direkt wieder... Direkt hier neu laden, ey. So. So. Alter, die Musik nervt wirklich mega. Wir müssen jetzt erstmal wieder in den Stealth-Modus kommen. Das heißt, wir müssen ein bisschen... ...abwarten, aber wir schaffen das. Erstmal... Oh, okay. Das gibt's doch nicht. Warum lade ich denn? Ich dussel. Alter, und diese Mucke nervt so, ne? Warum kann ich nicht dafür ein... ...optionales Ziel kriegen, alter? Optionales Ziel, zerstören den Panzer. Aber ich kann Bock drauf. Ja, gut, dann lass es bleiben. Nein. Okay, irgendwo hier ist der. Wahrscheinlich da direkt um die Ecke, da. Du siehst nicht mal die... ...Prozentzahlen da. So, jetzt will ich mal ganz kurz sehen, wo der ist. Ach, da. Moment, hä, wat? Ach, scheiß drauf. Komm, wir machen das jetzt. Wir versuchen das mal so. ... Ich weiß nicht, wie ich das mache. so Fick dich. Oh, scheiß, ne? Wir müssen jetzt erstmal alles wegmachen, was hier so geht. Und dann machen wir zum Schluss den Panzer weg. Ja, ist schon vielleicht kurz weh. Fuck, ey. Das gibt's doch nicht. Fuck, Mann. Oh, Scheiß, okay. So. Ohne Scheiß, was ist denn, wenn ich mich jetzt hier hinlege? Das bringt wahrscheinlich auch nichts. Ohne Scheiß, was ist denn, wenn ich mich jetzt hier hinlege? Nicht wahr, ja. Mach hier grad voll den Shooter raus, das tut mir auch echt leid, ne? Aber ganz ehrlich, irgendwann hab ich auch genug, ey, dass das Tag hier nur rumgepost wird. Kack. Hat mir irgendwann auch keinen Bock mehr. So, Stolperfalle, verdammte. Ohne Scheiß drauf. Ich geb euch Deckung! Ohne Scheiß drauf. Oh, Mann, ey. Alter. Scheiß jetzt drauf, komm, schieß jetzt von hier aus alles ab. Was sich in irgendeiner Art und Weise bewegt. Meine Güte, endlich, ey. Oh, Wichser. Nummer 1, tot. Ich bin nur noch mal 2, tot. Ich habe nur noch wenig Munition. Wichser Nummer 4, tot. No. Super. Boah, ich hab nur noch Calpano-Munition, Geil-O-Matico. Scheißtauere. Ey, du Talent. Mal gucken, wo ist denn hier noch einer? Oder kann ich jetzt endlich hoch? Ich kann jetzt endlich hoch, das ist ja schon mal was. Immerhin. So, jetzt müsste ich die hier nur noch alle verdingen sind. Äh, das gibt's doch nicht. Hin ist kein Schwanz, ey. Wollt mich doch verarschen. Das kann ja wohl gar nicht. Ach, komm für mich.